Nachdem mein Vater weggegangen war, gab es nur noch uns beide. Ich glaube nicht, dass der Verlust meines Vaters das Herz meiner Mutter brach, sondern der Verlust der Liebe an sich. Ihre Hände begannen zu zittern. Sogar das Haus zu verlassen, fiel ihr schwer. Könntest du mir vielleicht helfen? Sie bluten. Mom, das ist Frank. Er hat mir angeboten, mich mitzunehmen. Wir können Ihnen da leider nicht helfen. Es ist leider so, dass wir müssen. Wo wollen Sie denn hin? Zu Ihnen nach Hause. Die Polizei sucht nach Frank Chambers, der eine 18-jährige Haftstrafe zu verbüßen hat wegen Mord. Woher weiß ich, dass Sie uns nichts tun? Ich bin stärker, als Sie vielleicht denken. Das bezweifle ich nicht. Greif den Schläger weiter oben. Hände zusammen. Das ist ein guter Pfirsich. Die meisten sollten wir wegwerfen, bevor sie faul werden. Ich habe eine andere Idee. Ich sollte gehen. Vielleicht solltest du bleiben. Ja, nicht auf, nach mir zu suchen, Edda. Ja, das weiß ich. Sie waren zwei Menschen, die nicht raus in die Welt konnten. Also erschufen sie sich ihre eigene Welt. Ich würde nochmal 20 Jahre einsetzen, um drei weitere Tage mit dir zu verbringen. Ich kann dir keine Familie hier schicken. Das hast du doch schon. Unsere Bälle sind so fett. Läuft sich voll schwer. Ich bin Mama Bär. Mit langen Krallen. Ah! Ich bin Mama Bär. Ich bin Mama Bär.